Open Office Text unterstreichen. Ich markiere den Text, gehe zum Startpunkt, klicke mit der linken Maustaste, behalte den Klick bei, ziehe zum Endpunkt und klicke anschließend auf das Symbol unterstrichen. Oder ich markiere den Text, klicke auf das Menü Format und dann anschließend auf Zeichen, gehe zum Reiter Schrifteffekt und wähle mir unter Unterstreichung ein Format aus, was als Beispiel unten angezeigt wird, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Oder ich markiere den Text, gehe mit dem Mauspfeil auf den markierten Text, klicke mit der rechten Maustaste, gehe auf Stil und klicke anschließend auf Unterstreichen.